Hey, Willkommen zur 36. Folge von Worms 2 Armageddon. Heute mit der Rätselmission Nummer 15. Mal schauen, was uns hier Funes erwartet. Der Feind haut ab. Du musst sofort explodieren, sonst entkommt er. Ich muss explodieren, alles klar. Oder auch nicht. Häh? Blitzangriff? Hier ist es? Nein. Bitte kommen! Gucken wir mal nach. Komm in die Gänge! Auf! Komm in die Gänge! 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 Großer Vogel! Komm in die Gänge! 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 ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ich spreng da einfach noch ein Loch rein jetzt, mir scheißegal Ah toll, jetzt hab ich mich auch noch selbst gedingst Yay, nur noch ein Lebenspunkt Irgendwie muss ich jetzt da hochkommen Ach scheiße Komm, lass ich's mal jetzt für die Runde Ich muss mich da jetzt irgendwie hochschwingen Auf Wiedersehen Fightin' Oha You can stuff it Bitte kommen, kosher Vogel Ja, komm in die Gänge Und gerade noch so Und gerade noch so Fightin' Oha Komm in die Gänge Komm in die Gänge Also die Runde schaff ich nix mehr Und jetzt ganz schnell Und jetzt ganz schnell Komm in die Gänge Man Man Jedes Mal dreht sich der scheiß Wurm wieder Oha Ja, komm Fightin' Ja, komm Fightin' Komm in die Gänge Und wieder mal noch ein schönes Loch drin Du hast nichts für mich Fightin' Los Ninja-Seile ist ausgewählt Weißt ja In die Gänge Komm in die Gänge aber wir haben wieder nur zwölf punkte das ist ein feigling macht boom So war er jetzt, ne? Toll, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Verdammt! Bitte kommen, großer Vogel! Komm in die Gänge! Immer dieser scheiß Zeitdruck hier. Stopp! Feigling! Böde! Komm in die Gänge! Drauf in dein Leben! Wenn's jetzt nicht klappt, dann mach ich wieder ne Pause und dann kommt als nächstes die Runde, in der es klappt. Du hast nichts für mich. Feigling! Ich hab keinen Bock, das jetzt hier so durchzuziehen. Jedes Mal so'n Scheiß hier. Komm in die Gänge! Nur weil's wieder auf Glück basiert. So, ich bleib jetzt hier mit Dings stehen. Du hast nichts für mich. Feigling! Du hast nichts für mich. Feigling! Du hast nichts für mich. Feigling! Du hast nichts für mich. Du hast nichts für mich. Du hast nichts für mich. Mann! Zeitdruck! Ich hasse es! Jedes Mal! Gut! Nächste Runde! Die Runde, in der es klappt. Bis gleich! Bitte kommen, großer Vogel! Warum hat der Wurm so Scheiße gemacht gerade? Er sollte einfach nur runter und sich nicht irgendwie davon wieder abstoßen. Ich hab keinen Bock mehr auf Wurms. Auweia! Feigling! Öde! Tch! 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 Komm in die Gänge! Komm in die Gänge! Warte! 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 Geschafft! Geht doch! Endlich! So einfach ist es gewesen! Mehr war es nicht! Danke fürs Zuschauen! Und würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder, wenn keine nächste Folge morgen kommt, dann könnt ihr euch sicher sein, das Projekt ist dann abgebrochen, wenn morgen keine nächste Folge kommt. Also, würde ich mal sagen, bis dann! Oder auch nicht! Ich bin echt! Wie war es für euch? Vielen Dank.